Hallo, ich bin's wieder, euer Leuko. Ne, Spaß, also, ging ja jetzt alles schnell. Ähm, ich bin seit heute im Krankenhaus, seit heute Elbweselt mal einrücken. Es ging mir jetzt eigentlich ein bisschen schnell, weil ich wäre echt gerne noch ein bisschen zu Hause geblieben. Aber so habe ich es ja schneller hinter mir, wenn man es so nimmt. Und ja, da muss man jetzt halt durch. Ich habe heute eigentlich nichts gekriegt, weil da außer den ZVK-Zugang gelegt, der ist am Hals. Das war ein bisschen unangenehm. Das ist jetzt auch noch unangenehm. Ich kann meinen Hals nicht so richtig bewegen. Tut ein bisschen weh. Also tut nicht weh, ist einfach nur total unangenehm. Aber na ja, so der Plan sieht jetzt vor, morgen geht's los mit Bestrahlung. Ganz Körper, morgen früh, sieben Uhr. Und abends nochmal irgendwann. Das geht dann drei Tage so. Also drei Tage lang gestrahlen. Morgens und abends. Und ja, dann vierter Tag, glaube ich, gibt Chemo. Und ja, da geht es so weiter, ne? Und ja, ich guck jetzt hier Fernseher. Was soll ich sonst machen? Bin den ganzen Tag am Laptop. Und ja, mehr kann man ja nicht machen. Ich krieg Wässerung, läuft schon. Also ganz normal, das Kochsalz oder was auch immer das ist. So, dass ich dann nicht aufs Klo muss. Nicht lustig. Ja. Aber sonst, ja. Abwarten und, ne? Gut. Und ja, das war's. Das Telefon klingelt auch schon. Wart. Ich geh dran. Haut rein. Bis morgen. Tschö.